Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und zwar gibt es heute die erste Leucht- oder Pyromunition mit der Schreckschuss. Und zwar geht es heute um die Hard Rock Star von Umarex. 20 Geschosse sind hier in der Packung, Kaliber 15mm, also passen genau vorne in den Abschussbecher. Die BAM-Nummer steht hier, hier ist so ein Plastikstopfen drin, hinten ist sozusagen die Zündfläche. Hersteller ist Veko Pyrotechnics Fabrik GmbH und das Werk in Freiberg. Und ja, ich habe bisher noch keine Pyromunition geschossen, deshalb bin ich mega gespannt auf das Teil. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß beim Test. 3, 2, 1 Und jetzt den zweiten Hard Rock Star. Oh, ganz schön verdreckt hier. 3, 2, 1 Unglaublich geile Teile. Wenn es das ins Meer geht und viel schneller schießen. Ja, also mit Knall am besten, das wäre schon nice. 3, 2, 1 Und jetzt den zweiten Hard Rock Star. 3, 2, 1